Willkommen zurück bei dem lustigen Schalterrätsel mit dem Käfer. Ich habe was gefunden und zwar hier oben sind Lichter, aber nur bei drei von den fünf Schaltern. Und jetzt werden wir das mal ausprobieren, dass wir da drauf was legen. Und ich hoffe, dass wir damit irgendwas erreichen, da oben mit der Tür. Bitte sei auf. Na bitte, geht doch. Mein Gott, schwierigstes Rätsel ever. So viele Möglichkeiten, wo wir jetzt hingehen können. Eine neue Fackel brauchen wir nicht. Wir haben jetzt den Lichtspruch. Gucken wir hier nur noch mal die Wände an. Wir sind hier. Ich so das Gefühl habe, da wird es noch runter gehen. Aber auf der anderen Seite, da geht es auch weiter. Müsste ja direkt hier was sein. Oh mein Gott, das ist aber groß. Und was bist du denn? Man hat bestimmt Feuer nicht. Out of Energy? Wie viel Energie braucht der denn dafür, um damit zuzuschlagen? Ja, willst du ihn? Oh no. Einer von uns ist vergiftet. Wie lange noch? Jetzt die ganze Zeit? Skills. Wir wollten, äh, Light Weapon, ne? Beim... Bei ihm auch Light Weapon. Oder Armor. 4 bis 13. 5 bis 15. Bash. Hm. Hm. 2 Level in Rüstung. Noch mal mehr Schaden. Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich hebe mir den erstmal noch auf. Ich bin hier entscheiden kann. Da geht es in der Leiter runter. Ah. Scroll of Darkness. Scroll of Light. Wir wollen Licht machen und Scroll of Darkness. Wie geht es? Our magical and non-magical light source carried by your party. Warum sollte man das machen können, doll? Warum? Na komm. Dreck mal den Gift wegmachen hier. Aha. Können wir also jetzt frei hier rumlaufen. Wow. Dieses... Gebiet ist echt riesig. Boah. Tausende Schlüssellöcher. Und Schalter. Und Ketten. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Auf einmal hat man wieder was zu tun. Nur eine Pflanze? Nur eine Pflanze? Hamlet of Stormbridge. Tja. Da geht es aber nicht weiter. Jetzt noch mal da runter gehen. Da bewegt sich was. Boah. Wo trifft der denn 27 Schaden? Macht der... Trifft der oft? Beobachten wir jetzt einfach mal. Oh fuck. Wie viel hält denn dieser grüne Schleim aus? Und dann ist noch einer. Kann der da jetzt drüber schweben? Kann er. Und er kann es folgen. Aber vielleicht kommt er nicht wieder hoch. Schleimi, Schleimi, Schleim. Was mache ich mit dir Schleim? Ich würde mich ja gerne mal... Ach, ich kann doch jetzt hier... Oh scheiße. Oh shit. Oh, das war nicht gut. Da liegt irgendwo ein Fisch oder so. Können wir den auf jeden Fall aussperren. Müssen wir nur... In Anführungszeichen so einen Schleim besiegen. Dann können wir uns einmal hier ausruhen. Ich finde, der trifft ziemlich oft. Ich glaube, da könnte ich wirklich bei dem den Schaden anheben. Oder gar die Rüstung. Ein Jewel, also eine Halskette. Macht die denn was? Willpower. Oh, das ist geil für den Magier. Mit der mehr Energie hat und sich noch schneller regeneriert. Okay, ja, eigentlich trifft der ziemlich gut. Was hat denn der für Stats? Acht hat der. Er trifft eigentlich ganz gut. Und noch will ich mir eher meine Freunde schneller töten, als sie mich töten. Also dem kann ich... Ich mach die Rüstung ein bisschen später. Ich werde auch bei ihm jetzt erstmal auf Schaden gehen und dann wahrscheinlich auch auf Accuracy. So, das wird jetzt interessant. Kann da durchschießen. Das hat nicht geklappt. Wie es sein sollte. Verdammt, ich kriege die Kette nicht angeklickt. Oh, brutal. Ist ja schon fast entgegnermäßig. Wahnsinn. Wahnsinn. So, hier oben noch ein grüner Schleim, ne? Guck mal hier. Kann der bis hierhin spucken. Unglaublich, dass unser Schurke hier nicht trifft, obwohl der Accuracy auf 2 hat. Wenn er so weit hinten ist. Das war mal hart. Tja, mag er schon wieder ohne Mana. Ist ja auch nicht so verkehrt, wenn der dann Willpower auf 3 hat. Also, Accuracy noch auf 2 und dann dieses Concentration auf 3 bringen. Ist ja nur, dass er schneller regeneriert. Vor allem bei den Pausen. Wenn man nicht so lange warten muss. Und er einfach mehr Vorrat hat. Hier geht's noch höher. Ah. Ja. Dann komm mal her. Schalter. Das hat unten die Tür aufgemacht. Aber wir kümmern uns erstmal um unseren Freund hier. Da haben wir wichtig nochmal. Ah, toll. Wir können uns selber vergiften da drin. Ja, super. Gar nicht gut. Jetzt schalten wir unseren eigenen Markier damit aus. Das ist ja klasse. Gerade der, der am meisten Schaden macht gegen das Frostding. Knallhart, das Ding. Wir haben nix großartig. Acht Schaden. Sechs. Da lacht er doch drüber. Miss. Was ist das? Was ist das? Quatsch, die wieder auf Rolch hier stellen Nein Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch bis ich kriege hier Oh mein Gott Okay, er trifft den doch nicht Okay, das war's Scheiße Wie kommen wir hier wieder zum Kristall zurück? Ja, ganz schön frech, die Dinger Ich mein ja Okay, der ist ja nicht so weit weg gewesen Wow Huhu Wir wollen ja auch, dass die wir erfahren bekommen, wenn der stirbt Mal kurz die Ecke hier checken Okay Dass ich nachher wegen so einer einen Ecke hier da zurücklaufe So, in dem Bereich Hier vorne war das Bewegt er sich jetzt auch hier? Da ist er, ne? So viel hast du noch ausgehalten Und da sind alle unsere Fernkampfsachen Na toll Achso, das war da oben Dann können wir ja jetzt einfach hier dann doch weiter erforschen Warum läuft das denn hier so grünlich? Als ob da hinter der Wand ein Schleimi ist So wie der da Ja, ich komm noch zu dir, mein Freund Hier auch Also wenn hier mal nicht irgendwo ein Geheimversteck ist Dazwischen Da ist auf jeden Fall was Irgendwo wieder einen Stein suchen, der So ein bisschen angeknackst ist oder so Wo so ein Stückchen fehlt Was man reindrücken könnte Ja, es hat auf jeden Fall geholfen Wenn man früher Memory oder so gespielt hat Habe ich natürlich nie gemacht Gerade gedacht, da liegt was auf dem Boden Ne, ich find aber eh nix Kein Doch Was ist das denn? Wo ist jetzt was aufgegangen? Und warum geht das wieder so schnell zu? Es ist nicht Hier unten Das Gitter da Aber was soll das Gitter denn? Da können wir irgendwas draufschmeißen Da kann ich mit dem Pfeil wahrscheinlich hinschießen Ja Da müssen wir den anderen Blob im Auge behalten Der nur gegen einen gleichzeitig kämpfen Und da haben wir unser Level Für Accuracy Das heißt, er kann jetzt Von hier angreifen Wenn er kein Mana mehr hat Super Der macht doch gar nicht so wenig Schaden damit Wenn ihm dann echt mal das Mana ausgeht Vor allem geht ihm aber anscheinend das Ach Gott Wo gibst du denn her? Hm Doch ein bisschen mehr in Bewegung bleiben Da kommt noch ein Blob Das sind die Lichter, die ich gesehen hab Und da ist ein Schlüssel So So Noch ein Block Jetzt hat er gleich alle erwischt Willst du dich bewegen oder sonst komme ich Sag ich doch Hier waren die drin Hier waren die drin Oh mein Gott Hier kommen ja noch viel mehr Das wäre ja richtig harte Arbeit Sich da rauszukämpfen Dann Machen wir mal was anderes Ja die Sache ist Die sind natürlich krank Was bedeutet das? Kann man sich das jetzt gerade irgendwie angucken? Nee Wir könnten eigentlich sogar mal Spaßeshalber Dem eine zweite Waffe jetzt geben Weil der Dual-Wield hat Mal gucken wie das ist Hm Ich frage mich Ob die Krankheiten verschwinden Wir können uns ja hier absichern Und die mir den Fall wegtun Da kommt ja hier keiner rein Was passiert denn wenn ich jetzt mich ausruhe? Das ist Lebens Die Lebensenergie regeneriert sich nicht Hm Das ist nicht so schön Dass sie jetzt krank sind Alle Mann Und ich habe noch keinen Ealing Potion Shield Potion Vielleicht sollte ich mal einfach irgendeinen von denen essen? Kann ich gar nicht Die essen die Pilze nicht einfach Ich habe mal noch einen Ich habe hier noch einen Rage Potion Ach Sind die doch mit der Zeit gehend Dass die weggehen Die beide sind doch jetzt geheilt Hier wieder Die beiden Was der Hunger hat Der auch bald Hunger kriegen wird Ah Alle sind Wohl auf wieder Ja gut Puh Dann heilen Und die letzten Blobs machen Was ist jetzt hier mit unserem Licht? Sauber Na bitte Dann können wir frisch gestärkt wieder ans Werk gehen Blobs vernichten Wir wollen lieben Blobs Oh Gott Und ein Eisviech Ist nicht Ist jetzt nicht Hm Der wird Der wird nicht ganz so leicht sein zu besiegen Ich habe noch nicht eine schöne Möglichkeit Den Irgendwie zu Oh Mann Der dreht sich aber schnell Und der weiß immer wo wir sind Ja das wollte ich jetzt einfach mal nutzen Ah geht doch Die geben gute Erfahrung 500 Die brauchen wie viel pro Level? Ah doch gar nicht so wenig Sind noch ein paar Monster töten Das Es zieht sich langsam Irgendwie bringt das mit dem Dual-Wield hier 16 Schaden Nicht so viel Habe ich das Gefühl Miss 10 Schaden Oh oder doch Auf jeden Fall macht der Minotaurin aber heftig mehr Schaden Mit seinem Zuschlagen So wir haben einen Schlüssel Ich weiß nur nicht mehr wofür Ähm Wenn der Den Concentration Buff Also die Stufe 3 davon hat Und hat ja nicht nur mehr Energie Der Das bedeutet ja auch Wenn die weniger Zeit brauchen Zum Ausruhen Brauchen die insgesamt Die ganze Gruppe weniger Essen Wenn er sich nicht so lange Dafür benötigt Dass seine Energie wieder voll ist Ein cooler Nebeneffekt Hier sind Schlüssel Lächer Verdammt Das ist nur eins gewesen Der Schlüssel ist natürlich weg Aber Nichts falsch Nur ich muss einen zweiten Schlüssel finden Und wo könnte der wohl sein? Und dann geht es da runter In die nächste Etage Dann geht es da runter In die nächste Etage Ich habe hier hinten noch ganz viel nicht erkundet Ne Jetzt laufe ich falsch Ich wollte Nach da Äh Nach rechts Ein goldener Schlüssel? Ach Was liegt denn da cooles? Irgendeine coole Waffe Hallo Insekten Und dann Schalter zum Freilassen Wann können wir uns eigentlich leisten Ob die Gruppe ist Oder wir gucken uns erstmal an Wie stark die sind Iiii Was ist das denn? Bah Jetzt mal hier ein bisschen giftig Auf jeden Fall sind die nicht so schwach Unser Minotaure trifft mir nicht oft genug im Moment Muss ich echt sagen Der hat aber richtig oft Misses Ja Und jetzt trifft er im Moment nicht wieder Das war eine Fehlentscheidung Der hat noch gut Leben Oh Gott Nein Was tun wir? Oh Gott Das kann doch nicht wahr sein Ja Ich glaub das war's wohl Er macht ihm wahnsinnig Einen Schadenspunkt Einen Schadenspunkt Komm Epischer Kampf Das letzte bisschen raus Zwei Schaden Das ist ja ein Witz Ein Schaden Wieso hält der denn so viel aus? Boah Schönes Bild Verdammt Das ist nicht gut Kann auch mal passieren War nochmal das letzte Mal gespeichert Bevor wir den Schlüssel geholt Haben Gut dann machen wir das folgendermaßen Dann mache ich hier einen Break Ich hole den Schlüssel wieder Damit ich exakt hier wieder an der Stelle bin Und dann schalte ich wieder ein Alles klar Bis gleich Wenn du Roy bis 2 Bis 3 Bis 3 Bis 3 Bis 4 knowing